Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Binomialverteilung. Die Binomialverteilung ist eine der wichtigsten diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen und sie entsteht auf folgende Art und Weise. Wir interessieren uns dabei, wie häufig ein bestimmtes Ereignis in n Versuchen eintritt. Und in jedem dieser Versuche kann das Ereignis entweder eintreten, das nennen wir dann ein Erfolg, oder es kann nicht eintreten, das nennen wir dann ein Misserfolg. Und dann interessiert uns, wie häufig kann es denn sein, dass wir gar keinen Erfolg haben, oder nur einen oder zwei und so weiter. Und das wird beschrieben durch die Binomialverteilung. Hier habe ich also einmal ein paar Anwendungsbeispiele aufgeschrieben, die uns interessieren könnten. Als erstes haben wir wieder unser zweitlangweiligstes Zufallsexperiment, den Würfelwurf. Und wir wiederholen jetzt den Würfelwurf insgesamt fünfmal und interessieren uns dann für die Zufallsvariable x, Anzahl der geworfenen Sechsen. Das heißt, das ist hier unser Erfolgsereignis, in Anführungsstrichen. Und dann wissen wir, wir können im schlimmsten Fall keine Sechs werfen, also 0 von fünfmal, und im günstigsten Fall können wir fünfmal hintereinander eine Sechs werfen. Und alles dazwischen ist eben auch möglich. Eine Sechs, zwei Sechsen, drei Sechsen und so weiter. Und in jedem einzelnen Wurf gilt, dass unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ein Sechstel ist. So könnte man dieses Zufallsexperiment hier beschreiben. Um es etwas wirtschaftswissenschaftlicher zu machen, schauen wir uns dann eine zweite Situation an. Eine Bank besitzt ein Portfolio von 50 Krediten, die unabhängig voneinander mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit von 5% ausfallen. Das heißt also, wenn ein Kredit ausfällt, wird er nicht zurückgezahlt. Und die Bank ist verpflichtet, dass sie das Ausfallrisiko bewerten muss. Die müssen also für jeden Kredit, den sie vergeben, eine Einschätzung haben, die Wahrscheinlichkeit ist, dass der nicht zurückgezahlt wird. Und hier schauen wir uns jetzt also 50 Kredite an, wo jeder Einzelne eine 5%ige Ausfallwahrscheinlichkeit hat. Und wenn das private Konsumkredite sind, dann können wir in einer stabilen wirtschaftlichen Situation auch davon ausgehen, dass die unabhängig voneinander ausfallen. Das ist also die Tatsache, ob mein Kredit ausfällt oder ob der meines Nachbarn ausfällt, nicht voneinander abhängt. Und für die Bank ist dann die Zufallsvariable x die Zahl der ausgefallenen Kredite relevant. Also wie viele von diesen 50 Krediten werden ausfallen? Dafür brauche ich dann auch eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung. Das Erfolgsereignis hier ist also der Kreditausfall. Das ist jetzt kein erfreuliches Ereignis. Man sagt trotzdem im allgemeinen Jargon, dass es also der Erfolg und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist hier 5% und das Ganze wiederholen wir 50 Mal. Im schlimmsten Fall können also alle 50 Kredite ausfallen. Im günstigsten Fall kann kein Kredit ausfallen und alles dazwischen ist auch möglich. Und die Binomialverteilung dient uns dann dazu, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung zu beschreiben. Letztes Beispiel, was dann als Studierender vielleicht besonders interessant ist. In einer Klausur mit Single-Choice-Fragen gibt es insgesamt 10 Fragen mit jeweils 5 Antwortmöglichkeiten und immer nur genau eine dieser 5 Antwortmöglichkeiten ist richtig. Und was passiert jetzt, wenn ein Studierender nur zufällig ankreuzt? Was ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Anzahl der richtig beantworteten Fragen der Klausur? Und das ist genau die Zufallsvariable x, die wir hier betrachten. Also der Erfolg ist Frage richtig beantwortet. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ein Fünftel, wenn ich das komplett zufällig mache und ich habe 10 Wiederholungen, weil ich 10 Fragen habe. Und im besten Fall kann ich alle 10 richtig raten, im schlimmsten Fall keine richtig. Und alles dazwischen ist auch möglich. Schreiben wir das jetzt also einmal abstrakt hin. Was machen wir da? Ein Zufallsexperiment wird n mal unabhängig voneinander durchgeführt, also genau unter identischen Bedingungen. Und uns interessiert, wie häufig ein bestimmtes Ereignis a dieser Erfolg eintritt. Und wir kennen die Wahrscheinlichkeit, mit der das passiert, dieses Pi. Und die Zufallsvariable x, die Häufigkeit, mit der das Ereignis a bei n unabhängigen Versuchen eintritt, besitzt dann eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsfunktion f von x, die also die Wahrscheinlichkeit angibt, dass diese Zufallsvariable den Wert x annimmt. Und die kann geschrieben werden als n über x mal pi hoch x mal 1 minus pi hoch n minus x. n über x ist dabei der sogenannte Binomialkoeffizient. Den werden wir uns gleich noch genauer anschauen, wie der definiert ist und warum der so ausschaut. Und für diese Verteilung gilt, dass der Erwartungswert n mal pi ist. Also wenn ich jedes Mal mit Wahrscheinlichkeit pi einen Erfolg versuche und das n mal versuche, habe ich insgesamt n mal pi Erfolge. Ich denke, das ist ganz natürlich. Und die Varianz hängt auch von diesen beiden Parametern ab, ist n mal pi mal 1 minus pi. Und als kurze symbolische Schreibweise schreibt man, x ist verteilt wie x tilde b n pi. Und dann schauen wir uns noch kurz diese Form der Wahrscheinlichkeitsfunktion an. pi hoch x mal 1 minus pi hoch n minus x. Wie kann ich die interpretieren? Und als einfaches Beispiel können wir uns da auch den Würfelwurf hernehmen. Wie häufig kriegen wir also eine 6 gewürfelt? Und hier sagen wir mal in 3 Versuchen. Und wenn wir jetzt genau daran interessiert sind, an der Wahrscheinlichkeit eine 6 zu würfeln, dann wäre das, dass ich bei 3 Versuchen kann ich entweder die 1 im ersten Versuch und dann 2 Erfolge würfeln oder ich kann die 1 im zweiten Versuch oder ich kann die 1 im dritten Versuch würfeln. Also Nullen und Einsen habe ich hier benutzt, um mir Erfolge oder Misserfolge anzuzeigen. Und in jedem, in jeder dieser drei Varianten ist also, wenn die Versuche unabhängig voneinander passieren, die Wahrscheinlichkeit einfach das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Also eine 6 im ersten Versuch würfle ich mit Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel und eine nicht 6, irgendeine andere Zahl im zweiten Versuch, würfle ich mit 5 Sechstel und weil die unabhängige Wahrscheinlichkeit, dass beides hintereinander eintritt, einfach das Produkt dieser Wahrscheinlichkeiten. Und dasselbe gilt dann für die 5 Sechstel hier am Schluss und dann habe ich 1 Sechstel mal 5 Sechstel zum Quadrat. Und das kann ich auch schreiben als Pi hoch 1 mal 1 minus Pi hoch 2. Erfolgswahrscheinlichkeit, Hochanzahl Erfolge und Misserfolgswahrscheinlichkeit, Hochanzahl Misserfolge. Wobei ich jetzt also hier Pi gleich 1 Sechstel genommen habe. Und ich habe dann aber nicht nur eine Variante, wie ich diese eine 6 in drei Versuchen bekommen kann, sondern es gibt insgesamt drei verschiedene Varianten, dass ich das nämlich im ersten Versuch, im zweiten Versuch oder im dritten Versuch mache. Und dafür ist dieser Binomialkoeffizient zuständig. Also jede von diesen drei Varianten hat dieselbe Wahrscheinlichkeit. Also für diese zweite Variante hätte ich Wahrscheinlichkeit 5 Sechstel mal 1 Sechstel mal 5 Sechstel. Das ist nichts anderes als Pi hoch 1 mal 1 minus Pi hoch 2. Genauso hier 5 Sechstel mal 5 Sechstel mal 1 Sechstel liefert mir genau dieselbe Wahrscheinlichkeit. Und dann muss ich eben alle drei zusammenrechnen, weil ja alle drei Varianten zu genau der gewünschten 1 Sechstel, die ich würfle, führen. Und habe dann insgesamt 3 mal Pi hoch 1 mal 1 minus Pi hoch 2. Und so kommt diese Form der Wahrscheinlichkeitsfunktion zustande. Also dieser Binomialkoeffizient dient mir dazu auszurechnen, wie kann ich denn meine x-Erfolge auf meine n-Versuche ansortieren. Das schauen wir uns auf der nächsten Folge nochmal genauer an, wie das definiert ist, wie man das ausrechnen kann. n über x ist nichts anderes als n Faktorielle dividiert durch n minus x Faktorielle mal x Faktorielle. Und die Fakultät einer natürlichen Zahl, diese k Faktoriellen, sind definiert als das Produkt k mal k minus 1 mal k minus 2 und so weiter bis zur 1 runter. Und für 1 und 0 gilt, dass die Fakultät einfach den Wert 1 annimmt. Und damit kann ich dann leicht diesen Binomialkoeffizienten ausrechnen, indem ich jeweils diese Fakultät einsetze. Einige Spezialfälle habe ich hier unten auch noch aufgelistet. Sehen wir dann im nächsten Video in den Anwendungen auch nochmal. Gut, kommen wir dann also auf unsere drei Beispiele aus der Eingangsfolie nochmal zurück. Wie schauen jetzt diese Anwendungsbeispiele in unserer mathematischen Notation aus? Das Werfen eines sechsseitigen Würfels schaut also so aus. Uns interessierte die Augenzahl 6. Die hat also die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel. Im Eingangsbeispiel sollte die also fünfmal geworfen werden. x hat also eine Binomialverteilung mit 5 und 1 Sechstel als Parameter. Der Erwartungswert ist, dass ich 5 Sechstel Sechsten im Schnitt würfle. Wenn ich also jedes Mal wieder und wieder und wieder fünfmal einen Würfel hintereinander würfle, habe ich im Schnitt ungefähr knapp einmal davon eine 6 gewürfelt. Nicht ganz, halt nur 5 Sechstel mal eine 6. Und die Varianz dabei ist 25 Sechstendreißigstel. Das heißt also, ich habe auch eine Standardabweichung von der Wurzel daraus, also von 5 Sechstel. Also mal weicht die Anzahl Erfolge etwas nach oben ab, mal weicht die Anzahl Erfolge etwas nach unten ab mit plus minus 5 Sechstel als Standardabweichung. Zweites Beispiel war der Kreditausfall. Das war unser Erfolgsereignis in Anführungsstrichen. Trat ein mit Wahrscheinlichkeit 5%. Wir haben 50 Kredite. Das heißt, die Anzahl der ausgefallenen Kredite X ist binomial verteilt mit 50 Wiederholungen und Erfolgswahrscheinlichkeit 5%. Der Erwartungswert ist, dass im Schnitt 2,5 von diesen 50 Krediten ausfallen werden bei einer Varianz von 2,375. Und die dritte Anwendung war das Raten der richtigen Antwort in einer Single-Choice-Klausur. Das passierte also bei 5 Antwortalternativen bei jeder einzelnen Frage mit Wahrscheinlichkeit 1 Fünftel. Und wenn wir dann insgesamt 10 Fragen zu beantworten haben, ist die Anzahl der richtig beantworteten Fragen binomial verteilt mit 10 Versuchen und 20% Erfolgswahrscheinlichkeit. Das heißt, im Schnitt werden solche ratenden Studierenden zwei von den 10 Antworten richtig lösen oder richtig erraten bei einer Varianz von 1,6. Im nächsten Video schauen wir uns dann noch an, wie wir mit Hilfe der Binomialverteilung dann konkrete Wahrscheinlichkeiten ausrechnen können und werden das genau machen anhand dieses Beispiels der Single-Choice-Klausur. Arbeitsgrenze was inferiert. eda E oder oder